Hallo und herzlich willkommen zu unserer Buchtipps. Heute möchten wir euch den neuen Roman von Paolo Giardano vorstellen, Den Himmelsstürmen. Ihre Sommerferien verbringt Teresa aus Turin jedes Jahr bei ihrer Großmutter in Apulien. Dort trifft sie sich mit dem Nachbarsjungen Bern, Tommaso und Nicola. Sie werden ihre engsten Freunde, unzertrennlich und voller Lust am Leben. Bis im dritten Sommer zwischen Bern und der 17-jährigen Teresa eine große Liebe beginnt, die im Herbst mit den Ferien endet. Als Teresa im nächsten Jahr wieder nach Apulien kommt, ist Bern nicht mehr da. Zutiefst enttäuscht bleibt Teresa von nun an Turin und ihrer Großmutter fern und verbannt alle Erinnerungen an ihre große Sommerliebe. Erst zur Beerdigung der Großmutter kehrt sie zurück nach Turin und nach all den langen Jahren trifft sie auf dem Friedhof Bern wieder. Und dann passiert das Unvorstellbare. Bern verschwindet ein zweites Mal aus Teresas Leben.